Rache Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Let's Play Farquaad 3 Hier ist euer Tony Bissin Weihnachts-Facial Äh, ja Komm wir mal Sprich, Sprich Sprich, Körper Bisschen Action Die letzten Partei konnte ich leider nicht boosen Weil ich leider beschäftigt war Weil meine Eltern, mein Reckner stand nicht zu Hause Daher Warte, warum sterbe ich jetzt? Warte, warum sterbe ich jetzt? Warte, ich muss bleiben Wecken halt da Führe ich dir? Ja, den krieg ich Er dreht sich um wie eine Missgeburt Ich schau mal Stein an Stein Ja, genau Oh mein Gott Ich hab auch keine Waffen Ich hab auch keine Waffen Ich hab auch keine Waffen Fahre ich mir zu Hause Nein Ich hab auch nicht Junge Wofür Anfänger Wofür 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 ... zu schlitzen Nein So würde ich selbst erschossen vom Sniper, weil ich zu blöd bin Alter Ich hab ein Radlapp Selbst schuld Gehen wir wieder den gleichen Weg Scheint gut zu sein Ich hoffe wir fallen nächstmal nicht auf Sorry an meine Zuschauer Ich hab leider nur 3 Aber Egal Präsenz zeigen Immer dabei Er hat uns nicht gesehen Oh So Jetzt sind wir mal drin Sniper Wenn noch etwas passiert Mit der Schaasowel Mit der Schaasowel Überraschung Fing besser Ich hab nicht gedacht Dass ich weiß, dass du kommst Na? Ich bin so enttäuscht Du wirst so viel versprechen Jason Scheiße Ich hab dich nicht hergebeten Du bist so ein ganzer Leidiger Hereinspaziert Das macht die Kraft euch klar Sie machen uns nicht gleich zu retten Und ich muss mich damit Scheiße zu bewachen Aber Ich zahle 10 Griefen Für den Schwanz und von der Mitte Das ist so scherz Das ist scheiße Das ist scheiße Das sind alle Demos Was war das denn? Was war das denn? Das ist ja Beide Oh Man nimmt nirgenden Oh ja Oh ja Oh, da kommt der Laser Oh, fuck Warum ist er nicht gestorben? Hm, hm Wir haben noch gar nichts gecheckt Ey, das gibt's doch nicht Wir haben noch nicht gecheckt Alter Wir haben noch nicht gecheckt So 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 Dann waren wir, wie sagt man, eifrig, überheblich Wir haben den Tod schon bezwungen, von daher Ich bin keiner, der sich selbst umbringen würde Die Welt ist aus dem Not geraten, ich bin der Angelpunkt Geil ist jetzt nicht Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissenen Abzug Wer besorgt es hier denn? Du bist stark, mächtig Komm her was Bist du gern bei meiner Schwester Ah, die Titre ist seine Schwester Du bist doch kaputt, Chase Na los, rück ab Na los, du Schwanzlutra Rücke ich dich ab Du bist dich Und ich Wie du Warum stirbst du nicht? Ich hab mich in deine Hälfte Ich hab mich in deine Hälfte Ich nimm mich als deine Löse Ich nage mich an der Scheißkrupp Und lass mich wieder aufhören Päh Päh Noch mal Und noch mal Oh nochmal So, wir haben was freigestellt, sind zu finden und heute war es erledigt Ich dachte das war jetzt mehr oder weniger in deren Fantasie Nein, ich gebe es auf, Egnete Oh, jetzt habe ich verpasst, was mitzulesen Sorry? Naja, kommt da aber auch was? Jason Jawohl Du kämpfst gut Krieger, steh auf, genieße deinen Sieg Sie wird ein Krieger ausgemacht Wir sind so fertig, Jason Was ist tot? Er verließ mich Den Stamm, sein Geburtsrecht Heute wog er lockte ihn fort mit Geld Drogen Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder Heute wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat Ich bringe dir seinen Kopf Was ist mit deinen Freunden? Die werden ein Boot nehmen Ich bleibe bei dir Das freut mich zu hören Wie wirst du heute töten? Für die Schlitzen Ich habe einen Spion namens Willis getroffen Der mich auf Heuts Insel bringen kann Clever Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist Werden sie das? Jaaaa Komm zurück zu mir Zu meinem Volk Baby, ich weiß, dass du mehr willst Jaaa, sehr bald Baby Naja, wir hatten unseren Spaß Soll ich mal hier kacken? Finde und Töte war's Entledigt Wir sind... Wir sollen zu... Verlassen Zitras Tempel Soll ich das eben erledigen? Die 3000 XP bekommen Ich habe so viele Fähigkeitspunkte Ich stelle die mal eben ein Fähigkeitspunkte So... Viel Fähigkeitspunkte Aber ich möchte Erstmal Was wär das? Dann noch ein Gesundheitsfeld Kann nie schaden Und noch ein Gesundheitsfeld Und das ist dann auch viel wichtiger Und dann gucken wir uns nochmal an So... Dann haben wir uns nochmal rausgenommen So... Dann haben wir uns nochmal rausgenommen Ui... Ui... So... Ich bin mal gespannt Ich bin mal gespannt Was... Was als nächstes kommen wird Also... Ja... Okay... Jason hat gesagt Ja... Wir sollen... Mit der Hilfe von dieser... Willis auf die Insel Und was konkret jetzt als nächstes läuft Bin ich mal gespannt Mit der Hilfe von der... Wo? Und da hier... Oops... Probably fade... Ja... 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 Ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten Hm... Ich hab... In einer Autowerkstatt gearbeitet Sie lachten über... Meinen Akzent Und der... Besitzer wollte mir weniger bezahlen Als den anderen Mechanikern Die weniger drauf hatten Mir Der Aufwuchs unter den Generälen von Liberia Die wollten mich unterbuttern Aber ich weiß wer ich bin Sieh mich jetzt an Citra Sie hat mich befreit Sie ist bei mir Ja... Viel Glück bei deinem Schicksal Ich meine... Deiner Mission Ja... Diese Flasche ist leer Ich braue eine neue... Bitte... Der arme Mann... Liebeskummer Schnell... Hm... Ich weiß nicht... Ob er jetzt... Probleme damit hätte Dass ich irgendwas mit Tita... Ah... Beziehungs Stress Kommt weiter mit... Uh... Freu mich schon... Okay... Erfolgt... Verratst du das Tempel... Haben wir reich... Sprich mit dem geretteten Freund Sollen wir als nächstes tun... Aber ich mach hierbei einen Cut und sage... Schalte ein... Und schau... Rein... Wenn es heißt... Let's play for Aqual 3 2016 Folge dann... Das war ein Christmas Special... Besucht unsere Facebook Seite... Und geht auf Amazing Simplex... Ich meine ja... Ähm... Der Stixi... Stellt... Also... Er von der... Quantitativität... Macht sehr viele Videos... Leider zu diesem... Weihnachts... Äh... Weihnachtsbaum nichts... So viel... Aber ich versuche halt... Die Lücke zu decken... Durch meine Videos... Naja... Dankeschön... Und... Ich hoffe es hat euch gefallen... Schaltet ein... Wer das heißt... Wieder... SPFaktor 3... Wie ich schon gesagt... Ciao...